Jojo, ich bin hier gefangen. Ich bin hier gefangen in der Turi-Hölle Domrep und All-In-Urlaub, All-Inklusiv ist das Stichwort. Da, da ist der Bunker der Menschlichkeit. Dort wird man zwei Wochen lang geknechtet und geknastet. Kann sich denn hier seinen schönen Urlaub in der dominikanischen Republik gut gehen lassen. Menschlichkeit und Geselligkeit, aber das braucht ja kein Mensch. Warum soll man sich hier zwei Wochen irgendwo einschließen? Das kann man auch zu Hause machen. Das ist totaler Quatsch. Also ich rufe alle Assis da draußen auf, pauschal Urlaub zu boykottieren in solchen Urlaubsbunkern. Das macht überhaupt keinen Sinn. Guck mal, die haben Spaß. Wie ich Menschen hasse, die so einen Quatsch machen. Ich sitze hier in meinem Boot, denn das ist das günstigste, was man hier am Strand kriegen konnte und wohne hier jetzt quasi. Also lasst doch mal ein Like da, wenn ihr auch entsprechend pauschal Urlaub, zwei Wochen All-In in so einem Bunker hier richtig scheiße findet. Ich und Jojo finden das richtig kacke. Ist auch viel zu teuer. Lieber im Boot schlafen.